Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Dienstag, der 4. April, schreibt das Logbuch. Wir haben die Geek Talk Daily 89, besser gesagt, für euch da. Und die heutigen Themen, die ich mitgebracht habe, ist mobiles Bezahlen, Wire, Echo-Aktion, Influencer, Übersetzung, Netflix, Windows und Android, Amazon, TomTom, TV-Hack und Flow. Wow. Beginnen wir doch gleich beim mobilen Zahlen, denn das Ganze bekommt langsam Fahrtwind in Deutschland. Also ja, Apple Pay ist auch kein Google Pay. Auch nicht Samsung Pay. Ach nee, die Deutsche Bank, die macht da was. Was? Nur auf Android? Ah, und nur mit Kreditkarten, keine Girokarten? Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das vorwärts gehen wird. Haben wir ja in der Schweiz auch schon Ähnliches erleben dürfen. Auf jeden Fall gut, dass sich da was tut. Somit auch einigermassen verständlich, weshalb Google Pay, Samsung Pay und Apple Pay nicht wirklich in Bewegung kommt in Deutschland. Ich denke, auch da gibt es die eine oder andere Grossbank, die da ein bisschen was dagegen hat. Aber wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Es gab ein Update auf die Wire-App. Unter anderem wurde die Sicherheit beim Anrufen erhöht oder optional erhöht. Man kann es noch mehr erhöhen. Was das genau ist, können wir vielleicht mal in einer der nächsten Geek Talk News Folgen genauer erläutern. Auch sonst sind noch ein paar Dinge dazugekommen, ein paar Verbesserungen etc. Wer die App nutzt, sollte sich das Update auf jeden Fall runterladen. Dann haben wir euch via Twitter schon darauf aufmerksam gemacht. Aktuell gibt es Osteraktionen bei Amazon. Das eine oder andere Produkt, Philips Hue und so weiter, sind da mit drin. Aktuell auch die große Echo-Geschichte, also den Amazon Echo, den Alexa Sprachassistenten. Die große Ausgabe davon ist 20, waren es 30? Ne, ich glaube 20 Euro günstiger zu haben. Wer noch keinen solchen hat und vielleicht jetzt dank diesem Rabatt da zuschlagen möchte, Link dazu ist natürlich bei uns direkt in den Shownotes auf daily.geektalk.ch. Weiter geht es mit Amazon, denn die starten bald schon ihr eigenes Influencer-Programm. Das heißt bald schon, in Amerika haben sie es schon getan. Man kann natürlich, wie das wir unter anderem auch tun, teilweise Affiliate-Links generieren, um sich am Umsatz zu partizipieren, sprich ihr bezahlt einen normalen Preis. Wir bekommen einfach für unsere Empfehlung ein bisschen was. Und jetzt geht Amazon daher in den Staaten und gibt einflussreichen Influencern oder Leuten mit grossen Zielgruppen im Social-Media-Bereich eigene, so kleine, wie sagt man, einen Shop würde ich nicht sagen, aber so eine Übersichtsseite, wo sie dann einzelne Produkte vorstellen können. Spannendes Projekt. Mal schauen, wie lange das geht, bis es auch hier zu uns in Richtung Europa kommt. Und Netflix. Auf iOS und Android gibt es schon länger und wird auch fleissig beworben. Man kann ja jetzt einzelne Episoden oder gar gesamte Staffeln von Serien runterladen. Nicht alle, aber ein Teil davon zumindest. Und das Ganze geht jetzt neben Android und iOS eben auch mit Windows 10. Endlich wieder alle Systeme gleich. Und somit für all diejenigen, die auf einem Windows-Device das Ganze anschauen, sicherlich eine gute Neuigkeit. Dann haben wir eine Premiere, wenn man es so sagen will. Das erste Mal in der Geschichte wurde Windows, das Betriebssystem, abgelöst, überholt von Android. In der Masse natürlich, da gerechnet sind vor allem mobile Devices, Tablets weniger, aber vor allem Smartphones, haben sie es übertroffen. Nicht ganz geschafft oder noch gar nicht geschafft, haben sie es im Bereich Desktop. Also wenn man rein den Desktop-Markt sich anschaut, da sind es noch 84% Windows-basierte Computer und unter einem Prozent liegt das Chrome OS. Aber ich denke, auch da wird sich in den nächsten Jahren ein bisschen was tun. Ich bin sehr gespannt, wie sich der ganze Markt noch weiter entwickeln wird. Google-Übersetzung. Nee, irgendwas ist da im Titel falsch. Es gibt eine Schweizer Firma aus dem Wallis. Das ist da ganz unten, wo auch unser Social-Media-Guru wohnt. Und die haben ein bisschen was geforscht, denn so Translate-Geschichten, Google Translate und ähnliche Programme sind ja relativ dumm, ja, dumm würde ich nicht sagen, aber sie übersetzen Satz für Satz und sehen Zusammenhänge oder das Übergeordnete in den meisten Fällen nicht. Und da haben jetzt anscheinend eben Schweizer Forscher fleissig was rausgefunden und möchten da in dem Bereich noch fleissig weiter ihr Mögliches tun, damit in Zukunft auch diese automatisierten Übersetzungen deutlich besser ablaufen. Ja, das hoffe ich auch, weil ich doch das ein oder andere Mal auf diesen Google Translator oder ähnliche Geschichten angewiesen bin. Somit, ja, ist das sicherlich nicht verkehrt, wenn die besser werden, denke ich doch. Ja, aus alt macht neu. TomTom hat ja Navigations-App im Angebot für iOS und für Android. Auf der iOS-Seite stellen sie ihre App ein. Die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, war eine der Ersteren im Bereich mobile Navigation auf dem iPhone damals. Und die App wird per September diesen Jahres eingeschaltet. Und TomTom empfiehlt da, umzusteigen auf ihre neue oder neue aktuelle App TomTom Go. Die nutzen wir unter anderem auch, weil die lässt sich mit einem, wenn man ein entsprechendes Navigerät von TomTom hat, auch vom Smartphone oder Tablet mit dem Navi im Auto verbinden. Heißt, man kann schon in Ruhe Strecken im Haus oder noch im Bett quasi raussuchen, dann an sein TomTom senden. Und wenn man einsteigt, hat man die Route schon drauf. Solche Dinge sind schon praktisch. Was hier halt einfach wieder dazukommt, TomTom Go-App, das ist eine, die auf Abo beruht. Ein weiteres Abo, das dazukommt. Aber wer fleissig unterwegs ist und viel Navigation gebrauchen kann, für den ist das sicherlich nicht der verkehrte Weg. Zumindest, wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Dann gab es Neuigkeiten im Spiegel.de oder auf Spiegel.de. Smarte TVs sind wieder mal im Fokus. Die werden immer mehr gehackt oder ja, es gibt immer mehr Möglichkeiten, die zu hacken. Denn smarte TVs, die können immer mehr und anscheinend sind die Hersteller da nicht wirklich auf Zack. Ist denen so ziemlich nicht, egal würde ich nicht sagen, aber es gibt keine Updates oder nur selten Updates und vor allem nicht lange Updates. Und es gibt solche Hacks. Genauer könnt ihr da nachlesen. Wenn der Schadcode mal implementiert ist auf eurem TV, könnt ihr das zurücksetzen, könnt ihr neu aufsetzen, neues Update einspielen. Ich kriege diesen Schadcode nicht mehr raus, sprich der Zugriff auf das Gerät ist gegeben. Wenn ihr dann noch eines habt mit Webcam dann oder eine kleine Kamera, dann ist das schon doofer, wenn da derjenige, der mal reingekommen ist, immer wieder reinkommen kann. Und natürlich auch andere. Microsoft Flow, mit denen hören wir auf. Die App hatten wir ja schon das eine oder andere Mal in der Geek Talk News. Die ist ja in der geschlossenen Beta. Man kommt da immer noch rein. Wir haben eine E-Mail-Adresse veröffentlicht in den Shownotes, sprich einen Link dazu, wo ihr die findet, besser gesagt. Und die iOS und Android App gibt es ja schon eben über diese geschlossene Beta. Es soll nächstens soweit sein, dass die App kommt. Kann mit über 110 verschiedenen Diensten, Twitter, Dropbox, Outlook und so weiter, kommunizieren. Geht in Richtung If This Then That. Werde ich mir mal ausprobieren, sobald ich dazu komme. Und ja, mal schauen. Ich denke nicht, dass mir das If This Then That ablösen wird. Aber wer weiß, man kann sich ja noch überraschen lassen. In diesem Sinne, das waren eigentlich meine News, die ich für heute hatte. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Und ja, morgen, nächster Tag. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.